Wenn Kiki mal leiser wird, weiß ich, dass sie sich amüsiert. Oh, da Hufeisen schmeißen! Ich wäre gerührt, wenn sie mir einen schütteln. Ich wäre gerührt, wenn sie mir einen schütteln. Ich hab's verstanden. Ja. Wie hätten sie ihren Martini gerührt oder geschüttelt? Ich wäre gerührt, wenn sie mir einen schütteln. Haben die ja auch Kühe. Oh, das war ein Dachs. Ich weiß auch nicht. Beat me. Weißt du, zwei Männer auf der Flucht, aber erst mal Hühner in die Luft werfen, Schweine streichen und Hufeisen werfen. Fuck it. Haha, ich will der Tiefengler. Hatsopp, Kiki, hatsopp. ich habe den weißen punkt als hilfe ja ich weiß aber ach nein nein interessiert mich gar nicht ich möchte meine scheune ein sie guckt ich kann das katzen gesichter ich nehme den benzinkanister mit oder auch nicht ich nehme den benzinkanister ich wollte die atlete die tür aufmachen aber dann wo muss denn der schrot rein so nicht in den trecker wie kam ich denn auf die idee dass wir mit diesem trick geiles buchtfahrzeug ein trecker ich helfe der familie ich bin ein schwer verbrecher entschuldigung ich bin ein schwer verbrecher entschuldigung ich bin ein bisschen aber diesmal fahre ich ja wir reparieren ihr auto aber wir nehmen es darf auch mit es klingt wie nach nachts ich bin krass es ist cool dass du dich um das benzin ein kümmer ist aber könntest du mal du musst noch rat finden ja ich suche ich suche auch ich höre hier irgendwo ein tutar das und da hinten sind räder richtig darüber Moment vielleicht musst du ja da ran äh woran? an den hakel achso ja ja klingt logisch du musst glaube ich das teil erst ablegen na dann halt dich mal fest beam me to the other side scotty give me a ride give me a ride ich glaube du bist drüben drüben da wird es nicht mehr warum nicht jetzt musst du da ein rad runterschubsen achso das oberste war uncool ich verstehe na hier da war keine radkappe mit drin also die felge so rum ach details kannst du da nicht hinterher springen kannst du da runter hüpfen ähm easy ähm well ja ja ich konnte ich konnte das Rad kreuz wir sind absolute Profi der nimmt das Ding in die Hand sagt oh ja cool das können wir benutzen um das Rad ran zu machen aber wenn ich dann sage ich will da runter springen dann legt er es einfach wieder aus der Hand und springt runter ohne das Ding cool well dann mach mal fest hier wo hast denn du den Eimer den Eimerkanister ne du musst du musst erstmal hier an der Stange hier die statt die ja ich bediene meine Stange ist ja gut hä warum lässt du denn wieder los weil ich äh achso hat wohl gereicht verstehe hat offensichtlich gereicht ja ok done now we need something to lift up to pick up to remove the support so jetzt musst du die Karre anheben Schätzelein ok da heb mal an Kiki danke für nichts Kiki danke für nichts Kiki so du schiebst hinten ich schieb hier ja hast du schon ja ich will auch mal irgendwo gegen fahren wow 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 what happened war das der Plan let go let's go get it kurz erschrocken Ich dachte, das Auto fährt ohne uns. Ja. Die Frage ist, müssen wir da lang, oder? Ich hätte auch gedacht, dass wir dadurch müssen. Oh Gott, bitte. Die Batterie ist tot. Aber ich weiß, dass bei dem Trecker hier so ein Batteriegedöns dran ist. Guck hier. Ich wollte ja vor den Trecker fahren, und dadurch habe ich das gesehen. Mein Hintern ist zu der Kiki. Ja? Sieht gut aus. Ja, ja, ich starte ja schon. Bitte ohne mir einen Stromschlag zu verpassen. Welch erotisches Gestöne. Du musst nur ein bisschen Vertrauen in die Dinge haben, Leo. Vertrauen, oder? Ja. Na, wir gehen raus. Ja? Nein, ich weiß nicht. Es war ein bisschen vor. Nein. Wir brauchen deine Hilfe jetzt, Opsir. Okay, hurry up, please. Die Omi hat einfach die Stimme einer 20-Jährigen. Und Opie lebt die Waffe. Ja, die werden hier in der Minute. Okay, ich gehe vor ihnen. Nein, einfach hier. Es ist okay, warte hier. Ich werde alles gut. Also, ich wäre jetzt sowieso gefahren. Okay, cool. Let's go, Nina. Let's go, Nina. Hm. Seht es positiv. Wir haben die Hühner geschüttelt. Wir haben die Schweine gestreichelt. Wir haben die Kühe gefüttert. Ja. Also, bitte. Wir haben vieles Gutes gemacht. Ich habe für euch Holz gehakt. Wir haben das Auto repariert. Ja. Wir haben euren Kleiderschrank ausgemistet. Die Jacke hätte ihm eh nicht mehr gepasst. Da soll er sich nichts vormachen. Also, bitte. Die war bei mir ja schon straff. Und Opie hatte ein bisschen mehr Bauch. Komme ich doch noch dazu zu fahren? Weil, das ist auch wieder so ein Ding. Wir sehen, wir fahren auf die Kopf. Und warum fahren wir nicht quer? Ja, für die einen in die andere Richtung. Weil die das auch können. Oh, du musst schießen. Weil ich ja so viel Aim habe. Oh, shit. Ja, dann beschleunige ich mal. Ich hab doch nicht stehen, die Huren. Jetzt geht doch zur Seite. Ich versuche, euer Leben zu retten. Oh, Gott. Okay, der kommt da. Okay, der hat sich selbst ausgetaucht. Oh, shit. This is gonna be tight. Ich kann mich gar nicht vermachen. Ich bin selber so dumm zu fahren. Ähm. Nina? Ich kann das erklären. Also, hast du das Gutes nicht gehört? Oh, shit. Nein, irgendwie. Nein, neue Cops. Nein, neue Cops. Die sind gespawnt. Aua. Das ist echt enge Geschichte. Das ist unmutig. Ähm. Noch, noch. Okay, nee. Haben sie schon wieder irgendwo. Oh, kann sie bitte aufsteigen? Ähm. Ähm. Ich hab's mir klappt, und ich hab's mir aufgemacht. Das glaub... Ui. Ungünstige Augenblick. Ich kann dabei gebracht, dass man nicht auf der Straße parkt. Sure. Tschüss. Oh, da gibt mir sogar noch ein bisschen Schubsi. Dankeschön. Und tschüss. Oha. Kannst du bitte treffen, Kiki? Bitte. Entschuldigung, ich hab nur zweimal durchgebrochen, der. Mach das sehr gut. Oh, komm mal. Wir lieben dich. Die bleiben stehen, die Autos. Okay, das ist voll cool. Oh, ich hätte links abbiegen sollen. Oh, ich hätte links abbiegen sollen. Oh. Bitte, ich fahre ganz wunderbar farbig. Natürlich. Deswegen spielst du Shooter und ich nicht. Ua. Ähm. Einfach, weil es cool aus ist, die Zeit gut zu spielen. Free Willy ist ein Motherfucker. Schaut jetzt mal auf. Wir haben ihn repariert, die Polizei, er hat ihn zerstört, möchte ich festhalten. Ich dachte, das... ich habe halt gedacht, ich sollte aufhören zu denken, aber wir sind in einer Erdnussschale. Holzboot, offensichtlich Holzboot, Nina, so ein Motorboot. Die haben manchmal hinten so einen Motor dran, lachen mich nicht aus. Natürlich, und das Boot ist jetzt so schnell, hat die Polizei einen Nick am Rand gesehen. In dem Moment, wo unsere Erdnussschale das Wasser berührt hat, hat die Polizei gesagt, das sind nicht unsere Gewässer. Das ist nicht unser Einzugsgebiet. Ach nein. Ach so, ich soll paddeln. Kannst du bitte in die andere Richtung paddeln? Hallo, Vincent. Ich bin Vincent. Leo, paddel mal. So, und jetzt links-rechts, links-rechts. Du musst mehr paddeln? Mehr paddeln? Mehr paddeln? Mehr paddeln? Mehr paddeln? Ich paddeln nicht! Warte. Warte. Kommen wir jemals lebend an? Nein. Nein, ganz ehrlich. Wir können das, Kiki. Wir können das. Ja, danke. Es paddelt sich ein bisschen schwer. Oh, shit. Gehen wir links oder rechts vorbei? Egal. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr links vorbei. Ich wollte gerade sein. Ich liebe es, dass wir beide gleichzeitig in Paddeln sind. Ich liebe es, dass wir beide gleichzeitig in Paddeln sind. Easy. Chat, habt ihr jemals an uns gezweifelt? Auf gezweifelt mehr an uns, als alle anderen. Was hab ich befürchtet? Ähm... Die nicht drauf gedrückt werden? Meinst du, das klappt auch so? Ich bin mir nicht sicher! Ich glaube, das soll nicht so. Also. Ja. Nun. Also. See you right back. Andere Seite. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein, oh nein. Yo, wat'n Bums, Bruder. Ich habe nassere Füße und du so. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm on, das ist scheiße schwer. Kiki, wir sterben. Was? Als ob es gezählt hat. Wie unverschämend. Und jetzt links, rechts. So vom Gefühl her würde ich sagen, wir müssen schon ein bisschen nach rechts einschlagen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt ist jedes bisschen wichtig. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Von hier wieder voll easy. Ich wollte gerade sagen, wir haben volle Haltverkalt? Ey, wir sollten öfter einen Unfall bauen. Ding ist Kiki, sonst dann war wieder dahinten dagegen. Nee, der war meint, der war meint. Rechts, rechts, links, 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 links. Es ist Real Talk nicht möglich, hier nicht... Na, warte, wir sind krass. Es ist Real Talk nicht möglich, wir schaffen es. Nein, 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 Kiki! Ich paddel, ich paddel! Schön, schön. Waterfall, Waterfall! Waterfall, ja, den kann ich aufhalten, warte, ich bin Tor. Da sanken sie dahin. Ey. We're not done yet. Vielleicht sollten wir wieder... Links oder rechts entscheiden wir uns! Sau egal! Wir sind Profi! Du bist genau gerade davor! Schaffen wir es da durch? Wir müssen es da durchschaffen! Ja mein Gott! Na klar! Höhle! Lieben wir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Links! 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 Oh mein Gott! Lina? Ja? Kiki? I don't see the problem! Mama? Kiki? Help me! Lina? Mama? Was soll denn nur werden? Ich glaube ich hab Fieber! Let's go! Oh, das ist nicht so warm! Entschuldigung! Spiel! Wir waren synchron! Kiki! Oh, ich bin, ich bin, ich bin bemüht! Oh shit, Alter! Oh, ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin, du hast es! Du hast es! Du hast es! Oh, yes! Oh, yes! Es macht unfassbar viel Spaß, so rumzuplemmen. Es ändert mich daran, wie viel Spaß wir bei It Takes Two hatten. Oh mein Gott, ist das geil. Ich weiß, was du denkst, aber nach Harvey gehen wird nicht leicht. Ich weiß, aber ich gehe nach ihm, mit oder ohne dich. Willst du enden sterben? Ich will ihn weg. Er ist ein kohol-bloodiger. Der Welt wird ein besserer Ort ohne ihn sein. Du hast mir nie gesagt, Leo. So, was ist deine Geschichte mit Harvey? Bevor ich mich verabschied habe, ich und Harvey haben eine große Rolle gemacht. Bank Job? Nein. Habt ihr gehört von Black Orlov? Bist du wirklich? Die Diamond? Wie hast du das gemacht? Ein viel Planung und ein bisschen Glück. Also, was passiert? Alles war unser Weg. Wir hatten sogar einen Verkauf. Aber wenn du scheine hitzigst, haben andere Probleme. Jetzt kommt deine Story. Ja, scheinbar. Ja, scheinbar. Du kannst kannst dir, aber du kannst dir wie ich selbst zu glauben. Ich kann niemandem auch zu glauben. Hier geht's. Was denkst du? Es ist mehr als ich dachte. Es ist. Es ist viel Spaß mit euch. Ihr auch. Gib mir das Brot. Was machst du? Gib mir das Brot, Leo. Hand es jetzt. Es ist nichts Personal. Es ist nur Brot. Gib mir das Brot. Ich weiß es nicht, dass ich mit den Fakten befest. Das ist schwer. Ich bin auf den Räumen. Ich glaube, er wird es nicht sorry. Ich mache das richtig. Für mich. Für mich. Das ist schwer. Ich bin auf dem Räumen. Er wird es nicht so. Ich bin für meine Familie. Hm. So, du kennst du wo Harvey ist gerade jetzt? Ich weiß einen von seinen Leuten, Ray. Er wird sicher sein. So? Was sind wir für die Zeit? Wir gehen nach ihm. Du willst wirklich nach Harvey nehmen, oder? Wie ich gesagt habe, mit oder ohne dich, ich gehe nach ihnen. Okay. Okay. Wo können wir diesen Ray finden? Keine Angst, er wird leicht zu finden. Aber ich muss mich sicher, dass meine Familie安全 ist. Ja, also beide von Harvey hart in die Scheiße geritten worden. Chuchu. Ja, unsere Familie. Deine Familie. Deine Familie. Keine Angst, Alex. Mom? Mom! Was ist es, honey? Was ist das? Was ist das? Oh, shit. Alex? Alex? Leo. Can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12, when I met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. All right. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy. About this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. You got that right? Never actually set foot in a place like this before. Layla Park. Oh, yeah? Okay. Mr. Fancypence with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Anyway, let's find your family. I'm great. Let's see. Look at you.